Beim Jahr der Airport Race konnten Motorsportler am Wochenende auf dem Flugplatz in Mariensiel beim Rennen über die Viertelmeile zeigen, was ihre PS-Boliden unter der Haube haben. An den 150 Rennfahrerteams und noch mal so vielen Einzelstarter aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland gaben bei optimalen Wetterbedingungen in zweierduellen Vollgas. Das vierte Jahr der Airport Race über die Viertelmeile war professionell organisiert und erwies sich als großer Zuschauermagnet. Und es war vor allem eines, schneller als die Formel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017